so unterwegs ein paar steine ein unsere heutige aufgabe ist es eine stein base und was haben wir da schön ist schon einen hochofen wo ist denn diese stein ein bisschen man das langsam ab dafür aber auch jetzt 59 steine ja keiner kann man kann kaum noch auf werde man meinen ganzen rucksack so weit leer machen gibt es und da willst du den leuten gleich auch den seri placer zeigen der placer jawohl der placer und vielleicht auch unsere beiden und so der drei zeige ist ja auch da ist schon so schnell jetzt habe ich 60 steine müsstest mich sehen langsam und da kommt er nur noch wenige meter vom ziel entfernt kannst du ruhig entgegen kommen kommt die sachen hier aber nur stein sonst laufe ich auch so langsam doch und sofort wieder gewicht besser gut aus ja so und kräften wir das mal hab ich denn so ich bin so viel bei mir verdammt nochmal vier Punkte so bitte alles gut ach so ne ich hab nur mehr steine sehe ich gerade hier sind nochmal 100 ja pack dir in diesen großen Spind rein so deswegen war ich so langsam das hat so viel ich dachte ich hätte nicht viele 160 guck mal wunderschön Metall auch ah die kann hier das ganze Metall schmeißt ich schon in den Ofen ne aber wir brauchen das jetzt endlich nur im Ofen naja ne 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 also ja das Metall ja klar das Metall brauchen wir im Ofen ja das wäre ne blöde Frage natürlich was ach du hast was gekillt ich habe gerade verstanden du wurdest gekillt ach quatsch ach quatsch sagt er so schnell sterbe ich jetzt auch nicht ey das sagst du so einfach so was wollte ich jetzt das Öl kann ich hinten draußen in diesen einen Ölding da reinpacken ne da wo das andere Öl draußen ist da Holz Foundation ja 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 oh auch dann wieder ne Holz mitnehmen jetzt soll ich was nachdenken ich möchte uns da nämlich ein Spind reinstellen 50 35 25 25 25 Attachs brauchen wir noch wenn er was kann dann kann er scheißen oder besser gesagt sie ich werde schon zurückkommen ey das nervt ey ist der wieder full ich leg ja ist der wieder full nein wenn er zum verdurst Wasser rennt oder ein paar Steine habe ich wieder da noch zwei mal dann haben wir es dann baue ich uns noch ein Sausch mit denen da drin ja das kommt von den vielen gerennen ne vom Farm vom Arbeiten und vielen rumgerennen ich renne nicht beim Farm dann bauen wir uns mal einen wunderschönen großen Spind dann können wir nämlich ab sofort das Zeug hier ablegen da haben wir alles beisammen unsere Crafting Ecke wunderschön so wie viel Eisen haben wir denn jetzt ich hab nichts angemacht nur reingepackt ich hab das rein angemacht den Barren gut da ist nicht viel du für den Anfang ist das schon mal ok achso wieso mache ich das jetzt egal so jetzt schauen wir mal äh ich brauch das im Inventar so ein Quatsch was mache ich denn schon wieder das Ganze ich hab das ich habe das ich habe es alles Oh, oh, oh. Wow, meine erste Metall-Hadget. Oh, wie die abgeht. Es wird noch richtig professionell hier. Naja, für Stein. Ja, wäre die Pick-Ups besser, ne? Die Pick-Axt. Sicher? Ja, wenn du nur Stein haben willst, ist die Pick-Ups natürlich nicht besser. Aber die hält länger bei Stein als die Headshot. Die Headshot geht schnell kaputt. Achso. Es ist zwar mehr Stein dadurch, aber geht dafür auch schneller kaputt. Ja, aber die Metall-Pick, die braucht nicht viel. Die braucht ein Metall, ein Holz und Zehnhalt. Ja, aber immer wieder zum Reparieren zur Werkbank. Ja. Was Schlimmeres, glaube ich, oder? Wenn die richtig gut abgeht, ich spüre das echt wert. Und du kriegst natürlich auch mehr Metall damit, ne? So, teste ich jetzt gleich mal das hübsche Ding. Das glänzt so schön. Yeah. Check. Irgendwo mitten oben im Wald. Hier hinten, wo ich bin, da ist ein grüner Erdorf. Kannst du den öffnen? Ich kann's noch nicht. Grün kann ich bestimmt öffnen. Ja, der ist hier hinten, wo ich bin. Ich bin auch schon wieder weiterverflückt. Ja, reparieren. Regnet und dem ist zu heiß, ich verstehe. Ein paar Viecher sind da. Unten im Wasser ist der grüne Erdorf. Ja, ich kann mal in die Richtung. Ich steine, ich fahre nur hier oben im Wald die Steine halt ab. Nee, den halt nur. Ich weiß, der ist ab 25 oder sowas, ich kann den nicht öffnen. Ich bin... Nein, blau ist für den von 20. Grün? Kannst du, glaube ich, öffnen. Ja, dann versuch da mal einen zu rennen. Ja, dann mach. Komm mit. Ich hab jetzt keinen Raptor oder so hier. Ach, du bist da unten schon. Oh, da hält auch noch ein Spucker da ran. Ja, ja. Ist nicht schlimm, ich hab Speer. Noch einen. Nur kurz den Spucker ab, ne? Bitte schön. Geht zum Erdorf. Weil ewig hält der nicht. Ja, ich war nur blind. Ja, nee, nee, passt schon. Hat sich eine Idee grad. Weg? Jetzt ist er grad weggegangen, ja. Du hast denn betäubt. Ja, ich hab kein Betäubungsteiler dabei, deswegen. Ich auch, aber... Ich wollte... Guck mal, ist da was dabei? Nein. Tschüss. Ja, das macht halt Unmengen an Flint, die Spitzhacke. Aber Stein macht das halt echt nicht viel, ne? Ja, aber damit kriegst du halt aber auch mehr Metallärzt. Okay. Liegt schon. So, immer mit deinem Betäubung, ne? Ja, irgendwo macht der Messer, oder? Ja, ich hab über 100 Steine schon wieder dabei. Das ist voll für'n Arsch mit dieser Picke. Mit der Pickel. Na, anderen. Ja, da kommen jetzt Steine. Sieben Steine an einem so'n Ding. Also mit ein, zwei Steinen da pro Felsen, das ist, äh... Das ist nix. Ja, das ist nix. Das war's. Warum viel zu lange, Vessi? Was ist? Ich hab ne halbe Ewigkeit mit Dennis gefarmt, um die ganzen Steine da zu holen, die wir hatten. Wie willst du es sonst machen? Es ist einfach so das Leben. Ja, mehr Leute. So viele und keiner ist da. Ach, wollen doch alle hier ET-Glückssimmel spielen. Oh, da hinten ist noch ein grüner. Ja, aber da ist drüben, da will ich jetzt nicht hinschwimmen. Ja, moin Cygnus. Ja, im Augenblick machen wir H1Z1 Päusle, weil einfach weil H1Z1 die Luft draußen ist, das kommt einfach zur Zeit nichts Interessantes Neues. Und wir haben jetzt so oft schon uns neu aufgebaut und so oft schon immer das gleiche getan, dass wir uns sagen, ey, wir müssen mal was anderes tun. Und deswegen sind wir jetzt zur Zeit auf Arctrip, weil wir da einfach mal wieder was Neues erleben können, um einfach uns die letzte Energiegeber haben, auch für H1Z1 aufzusparen. Wo machst du das ganze Material hin? In den Schrank rein. Achso, ich habe extra einen Schrank hier drüben hingestellt, ne? Oh, ich schmeiß die ganze Zeit da alles rüber. Siehst, war ich nicht faul? Da bist du mit, oder? Ne, 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 ne. Ich laufe lieber zweimal, aber dafür schnell. Ich habe die restlichen Steine. Gut, darf ich nicht, ich kann mich nicht bewegen. Ja, 34 Steine. Die rennen schon mal rüber, ne? Ja, ne? Ja, wenn ich schneller leveln will, muss ich natürlich auch was bauen, ne? Enden ist ein Hai. An der Oberfläche. Das kann schon sein. Warum habe ich in Gottes Namen jetzt ein Speer eingepackt? Und ein Quatsch. So, was meinst du jetzt eigentlich mit, warum die so komisch rumlaufen? Also, ich spiele mich, die so komisch rumlaufen. Ja, ich bin bei mir das. Wohne ich bitte, wasser, auch. Ich bin bei. Da ist halt, warum ich nicht gut verweinend bin. Ich bin bei uns. Ich bin bei uns an, einfach. Was bin bei uns mal bei uns. Ich bin bei uns. Das ist ein Willst du aber vor, siehst du! auch rot oder was ist mit dem so Gott! Warum? Weil ihn irgendwas getötet hat? Oh! Ich hab auch entdeckt was! Bitte lass mich leben! Du bist jetzt nicht aufs offene Meer geschwommen. Ja! Oh, das ist ein Leben! Ich bin schon wieder losgelaufen ohne trinken. Ich bin kotzen. Das ist ein Schwertfisch hier drin. Dann machst du ihn mal lieber in Ruhe. Kann ich nicht. Ich stehe auf dem offenen Meer auf dem Stein. Ja, Trice, was soll ich jetzt dazu sagen? Den Pfeil im Kopf gejagt ist es abgehauen. Ja, ist weg. Ich komme jetzt wieder zum Land. Ich bin am Land. Ich renne einmal wieder oben in den Wald rein. Kann ich irgendwann mal ein Tier töten gehen. Gleich. Vielleicht mal kurz mal einen Raptor und reit mal hier hinten so. Du hast ja auch nichts mehr zu essen, ne? Ich hab grad mein letztes Essen gemacht. Aber ich hab jetzt grad die Idee, ich geh mit meinem Raptor fahren. Kann ich doch grad Steine fahren? Ja, klar. Kannst du nicht? Ich weiß, aber ich kann mit ihm dorthin laufen. Und unterwegs Fleisch holen. Das ist eine Idee, das mach ich auch. Weil mit dem Raptor ist es ein bisschen angenehmer als die ganze Zeit zu Fuß rennen. Du verbrauchst ja keine Energie, wenn du mit dem Raptor rumrennst. Und das macht es auch für den Three vielleicht noch ein bisschen interessanter, wenn die mit meinem Raptor hier rumrennen. Hier ist, äh, ja. Fleisch auf vier, äh, ne. Fleisch auf. Weitpfoten. Was hab ich natürlich bekannt? Kannst hier bleiben. Danke. Oh lol, das hat jetzt nur Halt gegeben. Warte mal kurz ein bisschen weiter weg, da hab ich den Heratops gesehen. Gehen dann hier? Hm? Gehen dann hier? Auch nur Halt. Das sind halt ein paar Weight Watchers. Zond- äh, Zombies genau. Dinos? Hm 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 Halt er her. So canst du bei 2,3-4-�, 35-èm-1 die, oder? 2-3-3. Ich bin jetzt auch nie. Das Pentand 33,5-5-9, also fast30 mit 2000. Doe ne, nicht immer Know. Ja, aber ole. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, lecker. Und wie lange habt ihr für den Alligator gebaut? Eineinhalb Stunden. Ja, das ist gut stressig. Manchmal. Okay. Ich reite mal Richtung Heimat. Ja, und hier liegt unser Alligator? Sehr schön, wenn du schon mal den ersten Alligator hattest. Sorge. Und der heißt auch übrigens, der Replaser. Was machen wir da immer 40, 20, 15. Okay. 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 Ich versuche nur ein Stein zu organisieren, äh, Essen zu organisieren kurz, ne? Mhm. Der Zeit, wo du da weiter farmst. Ja. Ja. Ich hol jetzt mal. so geht weiter mal los mit meinem raptor wackel in der hand weg los werde groß dabei schon ein bisschen noch aber ein bisschen wir haben uns schon so ein kleines äckchen aber ganz ehrlich diese spitzhacke auf bäume das macht mich sollte seitdem eigentlich so 25 klar für mich ist es am einfachsten ich hatte mich letzten ich hatte mir letztens ein paar crafting sachen erst magisch gilt aber dann war nur weil ich schon weiß wo ich abstriche machen weil sonst habe ich zu viele punkte über ich habe es mal so ein bisschen für mich selbst ausgerechnet und da bin ich ein bisschen vorangekommen der hat noch scheinwände ich dachte ich hätte alle verbraucht wie viele narko berries geschätzt habt ihr in die alligator reingefeuert ja wir haben insgesamt 45 narko tsiakum gebraucht und 60 bären ok ach so ihr habt erst die töpfe hergestellt töpfe hergestellt und dann nebenbei wo ich für mich selber essen gefarmt habe habe ich ja die bären gefarmt damit ich nicht so viel von diesen oh 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 weg 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 na gut ein hoch auf den stegosaurus wir haben einen t-rex nicht weit von der base der könnte eventuell schaden machen ja ich renne auch schon aber nicht zu mir ja der ist gerade beschäftigt jetzt ist da irgendwas dickes ich sag's dir nur nicht zu mir wessi wo bist du ich komme nein sonst bin ich auch ganz schnell weg und wenn du diese kleinen flugtiere wenn du die angreifst die haben uns gezähmt wir haben flugtiere schon gezähmt wessi und dich gestern die ganz kleine die spitze ficher da ja die sind ganz klein ok die angreifen wenn du die angreifst die gehen auch noch also ach die defies die kleinen fleischfresser da ja